Ist hier jemand, ist hier jemand, also, Verzeihung, ich will wirklich nicht ungeduldig sein, aber können wir dann langsam beginnen? Ja, ja, aber sicher, natürlich, sehr gerne. Neuigkeiten, große Ereignisse, was ist los? Was, was, was ist los? Neuigkeiten! Ich fing an, des Nachts verrufene Orte aufzusuchen, gehüllt in einen grauen Umhang. Ich liebte es, wenn die Seeleute ihre Lieder grölten, während die Papageien nach den Ringen in ihren Ohren pickten und genauso fluchten wie ihre Herren. Die Frauen setzten sich auf meine Knie und schlangen ihre Arme um meinen Hals, da sie spürten, dass etwas Außergewöhnliches unter meinem wollenden Umhang verborgen war. Lernt die Melodie. Wir werden sie noch lange hören, freiwillig oder nicht. Es ist die Melodie der Revolution unserer Arbeit. Es klingt jetzt aber sehr nach Revolution unserer Arbeit, ne? Es ist die Melodie der Revolution, Tune, Tune, Tune! Oh mein Gott! Wenn sie richtig leer auf einmal stehen, das ist saugut! Wer in der Früh aufsteht, nachher ein Roll durchgeht, nachher auf die Probe geht, nachher essen geht, nachher ins Kaffee ausgeht, nachher Kromöde spielen geht, wenn es alle Tag so fort geht, klar wird, geht, geht! Meine Damen und Herren, ich habe Sie hergebeten, um Ihnen eine höchst unangenehme Mitteilung zu machen. Ein Revisor kommt in unsere Stadt. Ein Revisor kommt in unsere Stadt. Inkognito. Bisher sind wir immer verschont geblieben. Jetzt ist es soweit. Nein. Ja. Naja. Naja, ist auch egal. Alles wird von selbst klar werden. Hoffe ich. Ich fange gleich an. Ich fange gleich an. Ich meine, ich habe schon angefangen, aber... Ich dachte, es wäre gut, bevor wir richtig anfangen, dass ich dann... Bevor ich richtig anfange, das eine oder andere erkläre, ich meine... Wir waren 18, 20 Jahre alt. Wir sprachen von der Revolution. Wir sprachen von der Revolution. Und von der Liebe. Und von der Liebe. Wir waren Fanatiker der Revolution. In meiner Erinnerung, ich erinnere mich an Menschen mit glühenden Augen. Unsere Herzen glüten. Keiner glaubt mir, aber ich bin doch nicht verrückt. Ich bin doch nicht verrückt. Es gab ein Wir. Es gab ein Wir. Wir. Wir! 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 Ähm... Jetzt muss erstmal der Unrat weg. Der Müll. Dann muss der Platzgefeg, der Marmorgewicht, eine Ordnung hergestellt werden. Hier am Kopf. Das ist eine Schweinerei. Sogar die Mähne. Alles gründlich durchputzen, sonst kann nichts Neues entstehen. Der alte Dreck muss weg. Eine Ordnung herstellen. Das ist schwerer als Revolution.